Da sind wir wieder im ganz gewohnten Setting in unserem schönen, schmucken, kleinen, muckligen Studio. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immer Hertha-Podcasts mit mir, Inga Bötteling, und mit meinem Kollegen Nelis Heidemann. Hallo, Nelis. Hallo, Inga. Grüß dich. Schön, dass du zurück bist. Hertha hat auch wieder einen Punkt geholt. Es geht auch langsam wieder aufwärts, oder nicht? Ja, so betrachtet schon, ne? Man muss immer optimistisch rangehen an die Sachen hier. Hallo. Nach dem 1 zu 4 gegen Elversberg jetzt ein 2 zu 2 auf Schalke. Man könnte sagen, aufwärts-Trend, aber irgendwie auch ziemlich viel Ratlosigkeit, oder? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, kleine Schritte nach vorne, aber ich glaube, uns geht es ja genauso. Wir haben jetzt auch beide eine Nacht drüber geschlafen, wir nehmen am Sonntag heute wieder auf und so richtig weiter wissen tun wir, glaube ich, auch noch nicht so richtig, was man damit anfangen soll, jetzt mit diesem Remis auf Schalke, oder? Wir werden uns mal in der nächsten halben Stunde damit annähern und versuchen, eine Erklärung für das zu finden, was wir da so gesehen haben. Wir sprechen über das 2 zu 2 beim FC Schalke 04, über diesen einen Punkt und ganz viel Ratlosigkeit. Wir stellen uns die Frage, was man mit diesem Spiel jetzt anfängt, suchen den Spieler des Spiels, sprechen über die Szenen des Spiels und suchen nach Antworten auf das große Fragezeichen des Spiels oder vielleicht auch die mehreren Fragezeichen. Und dann blicken wir natürlich auf die Länderspielpause und danach auch auf das Spiel gegen Braunschweig. Aber erstmal 2 zu 2, Samstagabend, Schalke 04, Top-Spiel, ausverkaufte Arena auf Schalke. Es war ja wirklich so, muss man sagen, Schalke, Hertha, ausverkaufte Stadion, das hat sich nach Bundesliga angefühlt irgendwie so. Also große Bundesliga-Atmosphäre, das muss man schon sagen, das ist wirklich dieser Charme der zweiten Liga, auch wenn es natürlich fußballerisch etwas zerfahren war zwischendurch, aber allein so atmosphärisch. Zwischendurch. Über 90 Minuten hinweg meine ich natürlich. Das 1 zu 0 in der 9. Minute durch Mika Quisons, das 1 zu 2 durch Kenan Karaman in der 24. Minute, das 1 zu 2 durch Tobias Moor in der 33. und dann kam es mal Präviak in der 72. und glich per Elfmeter aus. Ich dachte ja zwischendurch, wir wären schon wieder so auf so einem 4-3-Kurs, wie beim Spiel gegen Kaiserslautern, als so Hertha führte und dann 1 zu 2 noch vor der Pause, das roch schon wieder alles verdächtig danach. Naja, das möchte man auch erwarten, wenn die beiden, oder nicht die beiden schlechtesten, aber schon zwei sehr anfällige defensiven Liga aufeinandertreffen, dann ist Spektakel ja eigentlich vorprogrammiert. Von daher war das 2 zu 2 eigentlich noch eine humane Version des Ganzen. Ja genau, es fühlte sich ganz entspannt an irgendwie, trotz vier Toren war es jetzt nicht so ereignisreich. Es war übrigens der erste Elfmeter, den Hertha in dieser Saison bekommen hat. Ja, hat man ja auch an der Frage des Schützen gesehen, aber da kommen wir gleich noch zu, sicherlich, ja. Ich denke auch. Beziehungsweise wir kommen sofort dazu, weil ich den Spieler des Spiels, meinen Spieler des Spiels mal nenne. Und das ist nämlich kein geringerer als Smile Präviak. Ja. Er kam in der 69. sah, dass es das Elfmeter gibt, schnappte sich den Ball und traf in der 72. Was für ein Elfmeter, ne? Als hätte er seit drei Monaten nichts anderes gemacht, als die Elfmeter für Hertha BSC reinzuschießen. Also nach allem, was war, wenn du so dermaßen weg vom Fenster warst, wie er eigentlich, er hat ja überhaupt keinen Stich mehr gesehen, dann hinzugehen, sich den Ball zu nehmen. Flo Niederlechner hat ja nachher gesagt, er hätte auch geschossen, aber da hatte Präviak schon den Ball in der Hand. Niederlechner war in der Szene ja auch irgendwie gefoult worden und war noch nicht so ganz sicher, ob er noch wieder laufen kann. Und da wollte er dann auch nicht intervenieren. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Der Elfmeter an sich nachher sehr viel diskutiert, auch in sozialen Medien. Ich würde mal so sagen, letzte Woche gegen Elversberg hatte Hertha eher Pech mit einer Elfmeterentscheidung. Gestern vielleicht Glück, ne? Ja, total. Vor allen Dingen, weil am Ende sich eigentlich niemand so richtig einig war, welcher Elfmeter jetzt eigentlich gepfiffen wurde. Es gab da dieses Foul an Pascal Clemens. Na, das wäre ein sehr wohlwollender Elfmeter gewesen. Und es gab dann noch ein Foul an Florian Niederlechner, der auch wirklich Schmerzen hatte danach. Ja, welches im Endeffekt gepfiffen wurde, er höchstwahrscheinlich das gegen Clemens. Aber das Elfmeterwürdigere Foul wäre, glaube ich, das gegen Niederlechner gewesen. Genau, ne? Auch wenn das nicht so richtig aufzulösen war, auch mithilfe der TV-Bilder. Irgendwie so eine richtig klare Zeitlupe gab es davon ja nicht. Aber ja, unterm Strich, glaube ich, konnte Hertha ganz zufrieden damit sein, da jetzt mit dem Elfmeter rauszugehen. Und wie es immer so schön heißt, am Ende der Saison gleicht sich doch alles aus. Das hat jetzt schon innerhalb von einer Woche hier geklappt. Lass uns auf mein Spieler des Spiels zurückkommen. Ja. Smile-Privileg. Eigentlich wollte ich in dieser Kategorie die Aussage verweigern, weil ich finde, dass kein Spieler so richtig herausgestochen ist oder auch irgendwie eine besondere Leistung gezeigt hat. Es war alles irgendwie so einheitsbrei. Ja. Aber dann habe ich mich doch für Smile-Privileg entschieden, weil ich eben dachte, der hat in dieser Saison noch nicht eine Minute unter Christian Fjell gespielt, stand hin und wieder mal im Kader, aber war wirklich überhaupt keine Option. Und hat im Training offenbar alles gegeben, wie Christian Fjell auch erzählt hat. Und er hat nach dem Spiel im Interview bei Sky auch den Gerüchten widersprochen, dass da irgendwas vorgefallen sei, weil man sich natürlich schon fragt, warum wird ein Spieler so, ich will jetzt nicht sagen ignoriert, aber so gar nicht in Betracht gezogen für eine Position, und da kommen wir ja gleich auch noch drauf, zumindest habe ich mir das ja aufgeschrieben, für eine Position, auf der irgendwie Bedarf ist, beziehungsweise die sich so als Problemstelle entpuppt hat. Und umso mehr schön, dass Smile-Privileg kam und auch sofort das Selbstvertrauen hatte, diesen Elfmeter zu schießen, ihn dann auch versenkt hat und damit irgendwie so ein bisschen zum Schalke-Experten avancierte, weil er auch letztes Jahr auf Schalke getroffen hat. Ja, aber genau das ist der Punkt mit dem Selbstvertrauen, das war ja keine einfache Phase irgendwie, so in der zweiten Halbzeit, Hertha rannte schon an, aber so eine richtig klare Chance gab es jetzt auch nicht so, und dann kriegst du diesen Elfmeter auf einmal und dann muss halt einer Verantwortung übernehmen. Letztes Jahr Reze-Tabakovic, schön abwechselnd, jetzt beide nicht auf dem Platz gewesen, das war nicht so offensichtlich, wer da jetzt den Ball reinschießen soll. Eigentlich, ich hätte vermutlich auch auf Niederlechner getippt, aber dass Previac sich den Ball nimmt und so sicher verwandelt, also Respekt, ja. Wenn du die Chance bekommst, musst du sie irgendwie auch ergreifen, zu zeigen, dass du eine Bereicherung für so eine Mannschaft sein kannst, und ich finde, das hat er gemacht, zumindest in dieser Szene und auch in ein paar anderen Szenen hat er gezeigt, so, hallo, ich bin auch noch da, und man könnte mich auch mal in Betracht ziehen, für so eine Joker-Rolle zumindest am Anfang mal. Ja, und es wird ja spannend, wie es jetzt weitergeht, in der Länderspielpause, viel Zeit wieder, kann er sich vielleicht irgendwie in den Vordergrund spielen, ist er vielleicht eine Option dann fürs Heimspiel gegen Braunschweig, was meinst du? Ich glaube, wir müssen sowieso mal ein bisschen über die Offensive sprechen, es war schon sehr interessant, dass nicht Lukas Schuler in der Stadt entstand, sondern Derry Schernd als Mittelstürmer, einer, über den wir in den letzten Wochen nicht viel gesprochen haben, der auf der linken Seite eigentlich total gute Entwicklungsschritte gemacht hat und sich da auch so ein bisschen festgespielt hat und auch eine Bereicherung für die Mannschaft war, den jetzt ins Zentrum zu rücken, auf seine eigentlich erlernte, angestammte Position, aber damit ja dann auch wieder irgendwie so eine Flanke aufzumachen auf der linken Seite, die hat dann Mika Cuisance gefüllt, fand ich auch ganz spannend. Ja, Cuisance auf dem rechten Flügel, Torstein von links, aber ja, es hat sich mir auch nicht so richtig erschlossen, wo man damit hin wollte, weil Schernd, er hatte schon so kleinere Momente, wo er wieder so seine Dribblings hatte, aber irgendwie fand ich auch, dass er auf dem Flügel deutlich besser zur Geltung kam als im Zentrum, wo natürlich du auf die massiven Gegenspieler triffst und wo du dich natürlich behaupten musst mit Robustheit, das sind Attribute, die, finde ich, eher nicht zu Derry Schernd passen. Dann bin ich bei dir. Die Ursprungsfrage des Ganzen ist ja, warum musste Luca Schuler erstmal auf die Bank? Klar, keine leichte Stellung gehabt in den letzten Wochen, konnte auch nicht so richtig überzeugen, nicht so richtig Werbung in eigener Sache machen, war alles irgendwie so ein bisschen, ja, er hing immer so im luftleeren Raum, konnte sich nicht so richtig einbinden im Spiel, stand nicht genau da, wo man ihn brauchte, hat die Bälle nicht so festgemacht, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Und dann hast du eigentlich noch zwei weitere nominelle Stürmer im Kader, die auch wirklich diese Sturmspitze bespielen können und nicht unbedingt auf dem Flügel gebraucht werden. Und du entscheidest dich trotzdem für den Flügelspieler, fand ich spannend. Ja, sehr seltsam. Ich habe auch gestern Abend gedacht, ob vielleicht Florian Niederlechner schon irgendwas ausgefressen hat, weil der hat ja so in seiner Joker-Rolle total überzeugt Anfang des Jahres. Der hat ja Tore ohne Ende geschossen, würde ich fast sagen. Und eigentlich hätte der es doch mal verdient, in der Startelf zu stehen. Hätte ich mir, wäre jetzt so meine Variante gewesen. Wäre auch mein Reflex gewesen. Deshalb umso interessanter, dass es auf Scherend gefallen ist. Nach dem Spiel bleibt aber trotzdem auch die Erkenntnis, dass diese Offensive oder beziehungsweise die Sturmspitze eine Schwachstelle bleibt, eine Problemstelle. Die Lücke, die Taris Tabakovic hinterlassen hat, ist bei weitem noch nicht geschlossen. Und ich sehe auch gerade keine Konstellation, in der das zeitnah passieren könnte. Und deshalb bin ich wirklich gespannt, was gegen Braunschweig dann die Lösung für das Problem da vorne ist. Ja, da können wir wirklich, da sind noch viele Fragen offen in der Länderspielpause, sage ich mal so. Aber gerade bei so einem Spiel auf Schalke, das wäre prädestiniert gewesen für so einen richtigen Mittelstürmertypen. So ein Samstagabendspiel unter Flutlicht, krasse Atmosphäre. Da kannst du dich eigentlich richtig schön reinhauen vorne, die Bälle festmachen, gerade in der zweiten Liga. Aber das hat halt komplett gefehlt gestern irgendwie. Und das hat man auch gemerkt. Ja, ich bin wirklich gespannt. Also meine Option wäre, Scherend wieder zurück auf den linken Flügel zu stellen. Torstein zu haben, wieder nach rechts wandern zu lassen. Also ich finde, der ist auf beiden Flügeln gut aufgehoben. Absolut. Cuisance zurück ins Mittelfeld. Und Florian Niederlechner davon reinzustellen. Ich habe gerade erst überlegt, ob man nicht wirklich vielleicht Marcel Previllac ein bisschen mehr Zeit geben sollte. Der scheint ja zu trainieren wie der Weltmeister, wenn man das glauben kann, was Fierl gestern erzählt hat. Und jetzt hat er Momentum, was ja auch immer eine wichtige Eigenschaft ist. Ja. Kann man vielleicht mal versuchen. Aber gut, da liegen jetzt noch viele Eindrücke dazwischen in der Länderspielpause. Viele Einheiten, die kommen werden. Und da wird dann natürlich, wenn das dann wieder nach der Länderspielpause zur Sache geht, dann liegt dieses Spiel jetzt auch schon wieder zwei Wochen zurück. Dann sind die Eindrücke nicht mehr ganz so frisch. Da gibt es vielleicht wieder eine andere kreative Lösung. Was natürlich auch ein Ausbruchzeichen war, war die Tatsache, dass Lukas Schuler nicht mal eingewechselt wurde. Also hat er das vielleicht auch nicht so gut aufgefasst. Man weiß es nicht. Wobei ich ihn gerade in der Joker-Rolle eigentlich am Anfang der Saison sehr stark fand. Immer als Tabakovic noch da war, kam er ja meistens von der Bank oder immer von der Bank. Und hat eigentlich gerade da einen guten Eindruck gemacht, immer mit seinem Tempo. Aber gut, so hat es auch geklappt. Wir sind noch nicht in der Kategorie Fragezeichen angekommen, aber wir haben sehr viele Fragezeichen im Kopf, was diese Stelle angeht. Also vor allem diese Zone da vorne ist ein einziges Rätselraten. Wir freuen uns auf den nächsten Lösungsansatz gegen Braunschweig. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht Smile Previac als Spieler des Spiels hast. Ich habe natürlich auch Smile Previac aufgeschrieben, aber da ich schon davon ausgegangen bin, dass wir eine Doppelnennung hatten, habe ich mich noch für eine andere Alternative entschieden, auch um diesem Rätselraten aus dem Weg zu gehen, was in der Offensive passiert, habe ich mich für die Defensive entschieden, und zwar Toni Leistner. Aber natürlich, viel diskutiert die letzten Wochen, Geschwindigkeitsdefizit, nicht mehr der Allerschnellste, nicht mehr der Allerfitteste. Aber was der da teilweise gestern für Flugrätschen rausgehauchen hat und wie der da die Bälle und die Gegner weggeflext hat, also im Holzfäller-Stil haben wir eine Einzelkritik geschrieben, das hatte schon eine Signalwirkung. Und natürlich muss das immer in den großen Gesamtkontext des Spiels passen, aber allein diese Szenen, das ist auch das, was ich sagte, das brauchst du. Samstagabend, Zweite Liga, Flutlicht auf Schalke, brauchst du einen, der da so drauf geht, so reinhaut, und eben auch ein Signal an die ganze Mannschaft senden kann. Und das hat Toni Leistner gestern fantastisch gemacht, wie ich fand. Bin ich bei dir? Ich finde, das war ein Spiel, das ist prädestiniert für so einen wie Toni Leistner. Der lebt das auch richtig und das hat er auch vorgelebt. Also ich finde, er hat da auch eine gute Vorbildfunktion angenommen. Und er war einer der wenigen, der wirklich nach dem Spiel gesagt hat, das ist zu wenig, dieses 2 zu 2. Also einer, der wirklich bewusst unzufrieden war. Viele haben sich irgendwie auch Christian Fjelle so ein bisschen gedrückt, so, ja, es ist schwierig ja zu sagen, was man mit diesem einen Punkt jetzt anfängt und ob es jetzt verlorene Punkte oder gewonnener Punkte. Er hat gesagt, das ist zu wenig für uns. Ja, auch da, komme ich gleich noch zu, habe ich tatsächlich auch noch auf dem Zettel stehen, das Thema Kommunikation. Aber wie er aufgetreten ist gestern, auch er hat ja keinen ganz einfachen Start in die Saison. Das kann man jetzt schon mal leicht wieder vergessen, aber auch er war komplett draußen eigentlich. Und das war sehr Captain-like, würde ich mal sagen. Bin ich absolut bei dir. Und was zu diesem ganzen Rätselraten ja irgendwie auch so ein bisschen dazugehört, ist die Tatsache, dass da auch wirklich einfach richtig, richtig viele Spieler fehlen. Und ich glaube, das führt eben auch dazu, dass man die Leistung der Mannschaft im Moment nicht so richtig einordnen oder fassen kann, weil da einfach sehr viel Stückwerk und sehr viel Notlösung dabei ist. Also ich meine, Pascal Clemens gestern für Diego Demme, der auch angeschlagen war. Klar, Demme hat jetzt in den letzten Wochen auch nicht die großen Vorstellungen geliefert, aber Pascal Clemens hatte auch so seine Schwierigkeiten. Das ist halt eine krasse Verantwortung da auf der Sechs. Er ist erst 19 Jahre alt und da dann irgendwie den Überblick zu behalten und sich nicht abkochen zu lassen, das ist dann auch passiert vor dem 1 zu 1, als er sich von dem Doppelpass irgendwie völlig von der Rolle bringen ließ und Kenan Karamann halt so viel Platz hatte für dieses Tor. Das sind dann halt so Lerneffekte, die dabei herumkommen. Aber es ist natürlich schmerzhaft, wenn du da dann eben mit Gegentoren lernen musst. Können wir ja direkt überleiten zur Szene des Spiels, weil du hast meine Szene gerade fast schon vorgetragen eigentlich. Ich habe das 1 zu 1 von Schalke genommen. Zum einen war es natürlich ein fantastisches Tor, aber da muss man jetzt einfach mal ganz neutral als Fußballliebhaber sagen, was für ein toller Abschluss, was für ein Schlenzer. Und wir haben es jetzt auch schon gesagt, es war sehr hart gestern, auch wieder teilweise sehr Zweitliga-typisch. Aber dann so ein Ding rauszuziehen, das war Bundesliga-like. Ja, und von härter Seite aber auch symptomatisch dafür, wie so ein Gegentorf fällt, so ein ganz simpler Doppelpass. Vorher, das fing alles an mit so einer Kopfballkerze von Kenny, wo er den Ball nicht wegklären kann. Und da fehlt die letzte Konsequenz einfach in der Hintermannschaft. Pascal Clemens lässt sich ausspielen, wir haben es gesagt, die Gegentore, die wir fressen, sind viel zu einfach bilanziert, Leissner. Auch wenn man jetzt mal irgendwie dieser Begriff Gegentore fressen, ist jetzt schon seit so ein paar Wochen kursiert der immer schon was. Fressen die da eigentlich, hä, weiß ich nicht, aber naja. Das ist Toni Leissner-Duktus. Ja, Toni Leissner spricht, wie er spricht. Haben wir uns auch letzte Woche über den westfälischen Dialekt mit der Platte machen ausgesprochen. Aber dass du das nicht kannst, hat mich wirklich gewundert. Toni Leissner hat nach dem Spiel gegen Elversberg gesagt, es war das Thema Heimspiele. Und ob die Jungen vielleicht zu viel Druck verspüren. Und dann hat er gesagt, ja, manche einer macht sich ja vielleicht zu sehr eine Platte. Also für mich ist das so, also in meinem Sprachgebrauch enthalten, aber du kanntest es gar nicht, ne? Ich habe vermutet, es wäre vor meiner Zeit, aber das war dann auch wieder falsch. Aber gut, kommen wir zurück zum Schalke-Spiel. Ich habe noch geschrieben, man merkt diese Umstellung, wie die Defensive gezeichnet ist. Wir hatten gestern im Abwehrzentrum mit den Innenverteidigungen und dem Sechser da vorne, hatten wir Leissner, Dardai und Clemens. Zu Saisonbeginn waren das halt Kämpf, Gächter und Dämme. Das ist schon ein Qualitätsunterschied, einfach wenn man mal so diese drei Positionen im Zentrum herausgreift natürlich. Und klar ist halt so, Hertha ist gezeichnet momentan mit den ganzen Verletzungsproblemen. Und das ist dann, das zeigt sich in diesen Gegentoren einfach, ja? Meine Szene des Spiels, ich sollte nicht so schnell sprechen, dann versteht man mich auch, zeigt so ein bisschen das, was Hertha eigentlich noch mehr braucht. Und zwar ist das dieser unbedingte Wille, dieser Kampfgeist. Und das war tatsächlich direkt in der neunten Minute vor dem Tor von Mika Cuisance. Wir haben das Spiel zusammen gesehen, ich habe dir direkt gesagt, hier, so muss es doch gehen. Nach der Vorarbeit von Kenny tankt er sich in den Strafraum, wird da dann von Murkin gestört oder er gerät so irgendwie mit ihm aneinander. Es fallen jedenfalls beide. Statt darauf zu hoffen, dass Schiedsrichter Tom Bauer auf Elfmeter entscheidet, steht er so… Was man, by the way, hätte tun können. Ich fand schon, das war wirklich ein harter Kontakt. Also hätte man drüber reden können. Genau, man hätte drüber reden können, genau. Aber er lässt sich gar nicht auf diese Diskussion ein, steht sofort wieder auf, war wirklich viel schneller wieder auf den Beinen als ein Gegenspieler und netzt das Ding halt ein. Natürlich mit ganz, ganz viel Hilfe von… Was für ein Torwartfehler. S-04-Keper-Häkerin. Ja. Flutschfinger, sage ich da nur. Aber er hat sich das selbst halt irgendwie verdient dadurch, dass er gesagt hat, okay, ich mache hier jetzt weiter, weil ich habe die Chance noch, hier ist Platz, ich stehe sofort wieder auf und spekuliere nicht mit dem Elfmeter. Und das ist halt was, was, finde ich, zum Beispiel auch der Richerhand eben nicht so gut gemacht hat am Samstag. Er hat halt öfter mal auf den Elfmeter spekuliert und sich dann fallen lassen, statt weiterzugehen. Oder er hat das Foul angenommen, was dann irgendwie doch keins war. Also da war Cuisance wirklich Vorbild in Sachen Kampfgeist und Mentalität. Und das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Und überhaupt was für ein Tor, ne? Zwei Stationen. Tiag Ernst auf John Joe Kenny, Kenny in die Tiefe auf Cuisance, zack, Tor. Thema Gradlinigkeit, was häufig bei Fjell ja vorkommt, was er auch selber öfter bemängelt, immer der letzte Pass, wir haben wieder zu viel hin und her gespielt. Und es fehlt die Konsequenz auf dem Weg Richtung Tor. Das war das Par Excellents gestern, ne? Absolut. Es war eine seiner wenigen Highlight-Szenen, weil ansonsten ganz hochwertig ist. Ja, ganz interessant. Seit so ein paar Wochen finde ich bei Cuisance irgendwie so diese fußballerische Brillanz, über die wir am Anfang der Saison alle ganz begeistert waren, die scheint nicht mehr so richtig durch. Ich finde, der macht ziemlich viele einfache Fehler, verliert ziemlich häufig den Ball. Natürlich ist auch er ein Arbeiter, der auf dem Platz auch mal sich durch defensive Verdienste auszeichnen kann. Aber irgendwie so der ganz große Glanz vom Anfang der Saison fehlt so ein bisschen. Aber er hat halt jedes Spiel auch irgendwie dann so mindestens eine Highlight-Szene dabei, die das Gesamtbild retten. Und gut, am Ende, wenn er jedes Spiel ein Tor macht, ist es top, kann man nichts zu sagen. Würde jeder nehmen, glaube ich. Ja, ganz genau. Ja, auch bei ihm halt eben ein paar Fragezeichen hinter den Leistungen. Was war dein Fragezeichen des Spiels? Ich habe auch zwei aufgeschrieben. Fangen wir mal mit dem ersten an vielleicht. Ja, gute Idee. Da haben wir noch viel vor. Ich habe mal aufgeschrieben, das ist jetzt ein bisschen provokant und zugespitzt gefragt, aber was wurde eigentlich hinsichtlich Aufarbeitung dieser 1-4-Pleite gegen Elversberg unter der Woche gemacht? Weil irgendwie hätte ich mir schon ein stärkeres Signal gewünscht einfach danach. Dieser Toni Leisner steht nach dem Spiel wieder da und sagt, die Gegentore, die wir fressen, fallen viel zu einfach. Das ist ja genau das gleiche Thema wie vom Heimspiel gegen Elversberg letzte Woche. Und das kann doch eigentlich nicht sein. Wenn du so ein Spiel hast, vier Gegentore gegen Elversberg kassierst, dann musst du doch vor allem in der Defensive willens sein, dich in jeden Ball voll reinzuhauen. Und das habe ich gestern gerade in der ersten Halbzeit irgendwie vermisst bei den Gegentoren, wenn du die anguckst, wie die gefallen sind. Auch das zweite Gegentor, haben wir noch geilen drüber gesprochen, wie Ibo Maser sich da austanzen lässt nach dieser Ecke. Es war nicht mal ein Tanz. Gegner können einfach vorbeispazieren. Das war wirklich irgendwie sehr simpel und das hat mich doch gewundert. Nach Sommenspiel gegen Elversberg, was du hattest, da hätte ich eigentlich irgendwie stärkere Konsequenzen erwartet. Symptomatisch dafür natürlich auch die Tatsache, dass man nach dem Spiel viel auch darüber gesprochen hat, dass es immer noch diese Diskrepanz zwischen Auswärts- und Heimspielen gibt. Ja, genau, das gibt noch dazu. Das war ja eigentlich gar nicht mehr so richtig das Thema. Ich meine, Hertha ist weiter auswärts ungeschlagen. Und trotzdem hat man darüber gesprochen, warum man solche Leistungen nicht zu Hause, naja, aber so überzeugend war die Leistung jetzt auch nicht. Also es war wirklich schwer, das Ganze so zu greifen und zu sagen, ja, das war jetzt eine Entwicklung oder ja, wir haben daraus gelernt oder ja, wir wollten die Wiedergutmachung. Also davon habe ich auch wirklich nicht viel gesehen. Ja, gerade, das hat Lukas Schuler letzte Woche auch schon gesagt, ein schweres, aber ein geiles Auswärtsspiel. Und gerade da hätte ich erwartet, dass die ganze Mannschaft brennt wie Feuer, sich da reinhaut in jeder Aktion. Und ja, Toni Leistner ist der Einzige, der da am rumflexen war irgendwie. Und alle anderen so ein bisschen, war teilweise wieder, ja, es war wirklich seltsam irgendwie, der Auftritt fand ich. Ja, ja, was ist dein zweites Fragezeichen? Soll ich mein zweites Fragezeichen direkt hinterher hauen? Thema Kommunikation, wir hatten es gerade schon. Ich habe geschrieben, wo will Hertha eigentlich hin? Irgendwie keine klaren Worte. Ich meine, wir haben es gesagt, auch wir waren gestern so ein bisschen unschlüssig, was man damit anfangen sollte. Aber unsere Aufgabe ist es auch nicht, Hertha BSC nach vorne zu führen, sondern das Ganze als Berichterstatter zu begleiten. Aber ich finde, wenn du aufsteigen willst, ist dieser Punkt und auch vor allem diese Leistung auf Schalke natürlich viel zu wenig. Und dann würde ich so ein Signal gerne mal hören. Und wir haben, also Fabi Rehse hat jetzt auch nicht alles richtig gemacht in den letzten Wochen, was Kommunikation angeht. Aber er war immer einer, der nach dem Spiel gesagt hat, Leute, wir wollen aufsteigen und das war zu wenig so. Das habe ich gestern irgendwie vermisst. Alle haben so ein bisschen rumgeeiert und ja, wir wissen nicht und okay, immerhin zurückgekommen. Wenn du jetzt sagst, wir wollen ein junges Team entwickeln und ihm Zeit geben und wir müssen nicht unbedingt aufsteigen, dann ist vom Punkt auf Schalke natürlich völlig okay in dieser Art und Weise. Aber wenn du aufsteigen willst und ich glaube, dass das eigentlich schon das Ziel des Ganzen ist, dann musst du das klar benennen und dann musst du eigentlich richtig angefressen sein nach so einem Spiel, weil du es wieder nicht geschafft hast, den Gegner zu dominieren. Und ja, wie du sagtest, Leistner hat das eigentlich schon ziemlich klar gesagt, dass das zu wenig ist. Aber alle anderen waren so ein bisschen, na, hier und da, wir haben einen Punkt geholt, immerhin. Rumgeeiert ist wahrscheinlich das richtige Stichwort. Das fand ich auch bei Christian Fell sehr auffällig. Er wurde halt auch gefragt, so, ja, was fängt man jetzt mit diesem 2 zu 2 an? Und er sagte dann, oder Torsten Matuschka hat ihn dann nochmal ein bisschen angepickst und meinte, ja, Trainer, sag doch mal, was du jetzt fühlst. Oder sprich über deine Emotionen oder was, wie auch immer der Wortlaut war. Und er sagte, ja, nee, über meine Emotionen spreche ich im Fernsehen lieber nicht. Und dann denke ich so, ja, aber zeig doch mal, was du jetzt... Ich glaube, auch Christian Fell will aussteigen. Zeig doch mal, dass du sauer bist über den Punkt. Das ist doch das, was alle sehen wollen. Wäre auch, glaube ich, eine gute Signalwirkung an die Mannschaft, um mal zu zeigen. Also klar, in der Kabine wird er wahrscheinlich schon sagen, dass das jetzt nicht so dolle fand, dass sie so 2 zu 2 gespielt haben. Aber auch mal nach außen zu zeigen, so, hey Leute, so geht's nicht, ist vielleicht auch mal wichtig für eine Mannschaft, die dann auch mal nach draußen hin so ein bisschen nicht, ich will jetzt nicht sagen, angezählt wird, aber schon so ein bisschen mal gefordert wird. Und irgendwie dieses Ganze, gerade nach so einem Spiel wie gegen Elversberg letzte Woche, wenn du da dann jetzt wieder so rumeierst danach, dann hilft es doch keinem weiter. Und ich glaube, das würden auch die Fans gerne hören, einfach, hey, wir wollen aufsteigen, das war zu wenig, aber jetzt hauen wir alles rein, dass es besser wird nach der Länderspielpause. Wir haben hier über 9-Punkte-Wochen gesprochen. Jetzt sind zwei Drittel der 9-Punkte-Wochen vorbei und ein Punkt steht zu buchen. Also es ist halt schon wirklich eine Mauerausbeute, wenn man bedenkt, dass wir, wir haben letzte Woche auch schon drüber gesprochen, wieder das gleiche Problem, wenn du oben rankommst, fehlt wieder die Leistung. Und das ist ein weiteres Riesenfragezeichen, was wir haben. Ja, und nach dem Spiel gegen Braunschweig kommen dann Karlsruhe und Köln, das sind dann wieder Top-Gegner und da musst du jetzt nicht unbedingt einen Sieg erwarten, aber wenn du dich dann wieder in der Ausrede flüchtest, dass das ja Top-Teams waren, die du nicht gewinnen musst, ja, dann musst du halt auch sagen, okay, du hast dann auch wirklich deine Hausaufgaben gegen die Teams von unten drin nicht gemacht, einfach. Richtig. Die Tatsache, dass ich noch ein anderes Fragezeichen habe, fasst eigentlich ganz gut zusammen, wie schwierig es ist, dieses Spiel in Worte zu fassen. Mein Fragezeichen des Spiels ist die Besetzung der Linksverteidiger-Position im nächsten Spiel. Oh, sehr gut, ja. Denn es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Osefug die fünfte gelbe Karte kassiert, das war dann im achten Spiel und es war eine richtig, richtig unnötige Situation am Mittelkreis. Es gab irgendwie eine Unterbrechung, dann hat Karamann den Ball weggeschossen, Deo Sefug hat sich so sehr darüber aufgeregt, dass er in so ein kurzes Handgemenge mit Karamann geraten ist und schießt der Tom Bauer und sagt, ja, hier, gelb. Das hätte man sich auch wirklich sparen können. So ist er, der Löwe, ne? Irgendwie manchmal sind die Emotionen schwer zu kontrollieren, aber ja, jetzt haben wir ein Problem. Wirklich unnötig. Nächstes Mal, ne? Fünfe gelbe, er wird fehlen gegen Braunschweig und damit das große Fragezeichen, wer verteidigt auf der linken Außenposition, denn man hat einfach keine Personal mehr. Bobo-Time, Inga, oder was meinst du? Bobo-Time, ich glaube, Boris Lumm, er hat zum Trainingslager schon gemacht, da war nämlich eine ähnliche Problematik übrigens, aber du hast immer noch Dudziak verletzt, du hast immer noch Karbovnik verletzt und Sefug ist ja eigentlich auch ein Rechtsverteidiger, hat aber schon nur ausgeholfen auf der linken Seite. Das heißt, du hattest eigentlich schon eine Notlösung, jetzt fehlt die Notlösung auch noch, jetzt brauchst du eine Not-Notlösung, das war gegen Elversberg ja der Fall, nachdem Deo Sefug wegen Magenproblemen raus musste, dann hat erst Marta und Dardai die Position bespielt, dann Palko Dardai, das sind ja wirklich, also da kann ich jetzt so viel Not vor die Lösung setzen, das ist ja alles überhaupt nicht mehr im Rahmen des Nachvollziehbaren. Ja, ich glaube auch natürlich, um mal konstruktiv zu werden, dass Boris Luhm zu früh ist, das Heimspiel gegen Braunschweig, wir haben dieses Thema, ist ja präsent bei Hertha offenbar, dass sich die jungen Spieler irgendwie den Kopf machen bei diesen Heimspielen im Olympiastadion, das wäre bei Boris Luhm sicher nicht besser. Ich könnte mir Palko Dardai vorstellen, oder? Was meinst du? Ja, ich habe mir auch hier aufgeschrieben, Palko Dardai als Option, Fragezeichen, Fragezeichen, weil er jetzt auf den Flügeln im Moment nicht so gebraucht wird und eine ganz gute Figur gegen Elversberg auf der Position gemacht hat und der entscheidende Vorteil ist, dass er da ist jetzt in der Länderspielpause. Das heißt, du kannst diese Länderspielpause jetzt nutzen, um den einen oder anderen auf dieser Position auszuprobieren und vielleicht ein bisschen vorzubereiten auf die Aufgabe. Das kann Palko Dardai sein, das kann auch ein Youngster sein, der jetzt vielleicht nicht 17 Jahre alt ist, so wie Bobo Lum, sondern vielleicht jemand auch aus der U23 oder so, den du hochholst. Oder du hast die große Hoffnung, dass in diesen zwei Wochen bis zum nächsten Spiel noch einer von den Verletzten wiederkommt. Ich glaube, am wahrscheinlichsten ist da Mikhail Karbovnik. Über den hatte Fjell schon vor zwei Wochen, glaube ich, gesagt, dass der schon wieder ganz gut dabei ist, der soll auch jetzt wieder ins Mannschaftstraining integriert werden und Co. Also das könnte auch eine Option sein. Aber die Frage ist dann natürlich, ist der bereit für 90 Minuten? Es wäre seine Position, es würde funktionieren, aber ja. Das ist das Ding dann, Wettkampfherde, du musst gegen Braunschweig einfach da sein. Und ja, da spricht man immer noch von, den Gegner erdrücken zu wollen. Und da gehört natürlich auch auf der Außenverteidigerposition ein Spieler dazu, der Präsenz zeigt, der den Ball nach vorne treiben kann, zugleich hinten absichert. Das ist schon keine geringe Anforderung. Und da dann so einen verletzten Rückkehrer jetzt zu nehmen, halte ich auch für ein Wagnis. Bin ich bei dir. Aber wir werden sehen. Zwei Wochen viel Zeit. Jetzt kann viel passieren in der Länderspielpause, ja? Länderspielpause, viel Zeit zum Training und ein Testspiel. Und zwar gegen Hertha 03 Zehlendorf am 9. Oktober um 18.30 Uhr auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld. Auch da wird dann vielleicht die ein oder andere Personalie auf der linken Ausverteidigerposition ausprobiert. Es werden trotzdem ein paar Spieler fehlen. Ibu Masa wurde zum ersten Mal für Algerien nominiert. Wir haben vor zwei Wochen hier drüber, zwei Wochen oder letzte Woche? Ich glaube, letzte Woche war es erst, ja. Drüber gesprochen, dass er sich, nee, vor zwei Wochen war es, für Algerien entschieden hat und wurde tatsächlich prompt für die A-Nationalmannschaft nominiert. Das heißt, da geht auch sein Traum in Erfüllung. Yondago Torstein-Sohn wird sicherlich wieder mit Island unterwegs sein. Terk Ernst ist für die U21 nominiert. Marton Daday für Ungarn. Tim Goller spielt jetzt in der ersten Mannschaft nicht so eine große Rolle. Aber U20 könnte sein potenzielles Debüt feiern. Pascal Clemens war zuletzt auch immer bei der U20 dabei. Das heißt, der eine oder andere wird fehlen. Aber es sind trotzdem wieder zwei Wochen, in denen die verletzten Liste vielleicht ein bisschen abgearbeitet werden kann. Aber auch wirklich keine kleine Anzahl an Länderspielen. Also schon auch in der zweiten Liga ist ja häufig gerade die Länderspielpause so, dass du irgendwie mal die Zeit nutzen kannst mit dem kompletten Kader. Und das ist bei Hertha nun mal auch nicht so irgendwie, was ja auf der einen Seite auch wieder gut ist, weil sich die Spieler irgendwie so ins Blicklicht gespielt haben. Aber für den Trainingseffekt natürlich auch nicht ganz förderlich. Zumal sie dann ja auch erst in der Woche vor Braunschweig irgendwann mitten in der Woche zurückkommen. Also das ist dann auch keine vollständige Trainingswoche mehr. Aber ein Großteil der Menschen, die in der Offensive spielen, sind da. Immerhin. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja und danach Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Wir haben darüber gesprochen, dass die Heimschwäche eklatant ist. Man hat, apropos eklatant, es war natürlich wieder ein Gegentor auf Schalke nach einem Standard dabei. Das haben wir jetzt geflüsslich verschwiegen. Ja, das ist ja fast schon gar keine Neuigkeit mehr. Die Hälfte der Tore in dieser Saison ist ja automatisch so dabei. Die Hälfte der Gegentore in dieser Saison ist nach Standard gefallen. Naja. Dramatisch. Wieder ein Heimspiel. Drei Heimspiele bislang wurden verloren. Jetzt waren sich alle einig, dass man alles geben muss, um dieses Heimspiel dann aber auch wirklich mal zu gewinnen. Das werden wir uns ansehen. Es ist wieder ein Verein, der hinter Hertha steht und der auch wirklich keine leichte Saison bislang wieder hinter sich hat und auch strauchelt. Ja, Freitagabend 18.30 Uhr. Was meinst du? Ende Oktober. Wahrscheinlich wird es dann jetzt das erste dieser gefühlten, gefürchteten, von mir immer wieder erwähnten Fünf-Grad- und Regenheimspiele. Aber wir wollen mal nicht den Teufel zu schwarz an die Wand malen, auch wenn ich irgendwie nicht so ein gutes Gefühl habe, glaube ich. Also Länderspielpause und Heimspiel danach, diese Kombination war letztes Mal schon schwierig für Hertha. Du wolltest doch sowieso immer mal gegen Hertha tippen. Da war der Gegner Fortuna Düsseldorf, das ist natürlich auch nochmal schwieriger. Ja, ich tippe gerne für Hertha, aber ich glaube an ein 1-zu-1-Remi gegen Eintracht-Braunschweig. Okay. Ich glaube, es wird ein 3-zu-1-Sieg. Ah, guck mal. So. Optimismus. Ja. Auch zu Hause geht's. Genau. So machen wir das. Ihr kennt das. Auch wir legen eine Länderspielpause ein und hören uns dann nach dem Braunschweig-Spiel am 21. Oktober wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ein gutes Spiel gegen Braunschweig. Lasst euch die Länderspielpause nicht zu lang werden. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.